So wir machen jetzt mal mit dem Harexco Hochleistungsmixer den Abfülltest, den ja einige von Vitamix kennen. Wir machen jetzt hier ungefähr 300 ml Wasser rein, legen den Abfüll hier rein. So und jetzt starten wir das Gerät vielleicht mal hier 60 Sekunden. So und jetzt starten wir das Gerät. So. So. Das war's für heute. Das war's für heute.